So, als erstes brauchen wir unser Kissen. So, das ist wichtig, wenn ihr euer Kissen habt, wenn es ein ganz dünnes ist, also es sollte schon so sein, wenn ihr da draufsteht, dass ihr so ein bisschen wackig da draufsteht. Jetzt will ich mit euch ein bisschen Gleichgewichtstraining machen. Also, Kissen auf den Boden und wir stellen uns auf das Kissen drauf. So, und jetzt erst mal einfach leichtes Gimmings einfach mit den Fußspitzen und Ferse abrollen. So, und jetzt schieben wir uns mit beiden Füßen nach oben und ganz langsam runter. Hochschieben, bisschen halten, langsam runter. Hoch, langsam runter. Hoch, langsam runter. Hoch, langsam runter. Hoch, langsam runter. Jetzt ziehen wir die Fußspitze hoch. Der Po geht so ein bisschen nach hinten. Klauda, bei dir läuft ein Hund vorbei. Okay, jetzt wechseln wir ab. Die Ferse vom linken Bein geht hoch und die Fußspitze vom rechten Fuß. Und dann wechselt ihr euch immer ab. Einmal linke Ferse und rechte Fußspitze. So, wir stellen uns auf ein Bein. Machen uns hier schön fest. Hüfte überall. Und halten einfach nur. Versucht mal ein bisschen zu korrigieren, dass ihr gerade steht. Ihr seht euch ja auf eurem Bildschirm. Dass ihr da nicht so krumm, sondern wirklich in der Körperlinie gerade. Hüfte überall. Anderes Bein. Langsam lösen, ausschütteln, so ein bisschen locker machen, ein bisschen auf der Stelle treten. Jetzt nochmal Bein wechseln. Jetzt pendeln wir uns. Wir nehmen das andere Bein. Und locker. Ihr geht so ein bisschen weiter, so wie eure Hüfte ist. Mit den Beinen auseinander. Und wir machen jetzt Kniebeuge. Wichtig ist, ihr müsst ja, ihr müsst mit dem Po nach hinten gehen. Ja? Also nicht wo ihr dazu neigt, dass die Knie nach vorne gehen. Sondern versucht euch vorzustellen, ihr setzt euch auf einen Stuhl. Okay? Ja. Und ich hebe hier so einen Hocker. Wenn ihr euch das vorstellt, ihr setzt euch auf diesen Hocker. Okay? Ja. 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 Und wieder tief bleiben. Federn. Und langsam lösen. Ihr bleibt nur mit einem Fuß drauf. Wir gehen in den Ausfallschritt. Wichtig ist, ihr schiebt euch in der Mitte runter. Auch hier nicht nach vorne schieben, sondern wirklich in der Mitte runter schieben und wieder hochkommen. Der Oberkörper bleibt dadurch nämlich gerade. So, wir bleiben unten und Federn noch ein bisschen. So, das Gleiche machen wir zur anderen Seite. Wichtig ist, ihr schiebt euch in der Mitte und den Oberkörper gerade lassen. Und unten bleiben und noch ein bisschen Federn. Und lösen. Beine ausschütteln. Dann machen wir seitliche Squats. Ein Bein auf dem Kissen, anderes Bein runter. Auch hier achtet drauf, wie der denkt an den Hocker. ə in, nöra, once again. Und unten. Und auch hier federn wir unten. Und wir gehen auf die andere Seite. Tief. Und hoch. Po schön nach hinten schieben. Und tief bleiben. Und Beine auslocken. Wir gehen nochmal mit beiden Füßen drauf. Und jetzt machen wir ganz kleines Lauf. Und hoch. Und hoch. Ah, k***o.